Bei diesen Fotos könnte man denken, sind Zeitreisen jetzt etwa möglich? Das ist doch Romy Schneider. Aber nein, wir sehen hier nicht die Sissi-Ikone, sondern ihre Tochter Sarah Biasini. Die 44-Jährige sieht ihre Mutter allerdings zum Verwechseln ähnlich. Als sie im April 2022 zur La Closerie de Lila Literaturpreisverleihung in Paris erscheint, begeistert sie alle mit ihrem Look. Mit ihrem bezaubernden Lächeln zieht Sarah Biasini nämlich sofort jeden in ihren Bann und erinnert damit an Mama Romy Schneider. Es ist unglaublich, wie ähnlich sich Mutter und Tochter sehen. Würde sich Sarah Biasini nicht so modern und modisch geschmackvoll kleiden, könnte man sie von ihrer Mutter kaum unterscheiden. Sarah Biasini ist übrigens selbst Mutter. 2018 kam ihre Tochter zur Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017